Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch mal zeigen, was wir mit den Sachen machen, die wir jetzt nicht mitnehmen. Und da hat uns meine Tante letztens auf die Idee gebracht, dass wir ja eine Art Hausflohmarkt machen können. Ich zeige euch das mal kurz. Also wir haben alle Sachen, die wir nicht mitnehmen wollen, hier runtergeschleppt bzw. also das war jetzt noch nicht alles, aber größtenteils. Und machen hier jetzt seit ein paar Wochen jeden Freitag einen Hausflohmarkt, wo die Leute unsere Sachen kaufen können, weil ich finde das nämlich voll schade, wenn wir das Ganze wegschmeißen einfach nur. Und deswegen wird das alles zu einem Flohmarkt.